Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar in diesem Video habe ich ein paar Clips von dem heutigen Tag. Ich habe am Anfang eine Runde mit Steven gespielt, den könnt ihr gerne abonnieren. Nuke3Steven auf YouTube und im zweiten Clip mit Paul und Anton. Ich hoffe das Video gefällt euch und ja, viel Spaß beim Video. Läpplicher Barsch. Äh, close. Hinten, auf der anderen Seite. Stefft. Ich gehe erst auf Luten. Ja, da vorne. Gesehen. Geh zurück, geh zurück. Ich komme jetzt alleine, oder? Nein, drei Leute. Nee, einer auf der Gleise. Das sind drei. Und deiner ist hier. Einer ist hier. Deiner hat kein Schild mehr. Er läuft weg. Ich bin so froh. Die Gleise. Ich kann mich um die hinter dir. Wir sind ich. Hab ich von Carlos gelernt. Hinter dir. Wo? Ach da. Er hat kein Schild mehr. Nuke3Steven. Nice. Einer noch. Er vergaßt die erstmal. Ah, von da, von da. Ich sehe aber nichts. Ich sehe nichts wegen deinem Gas. Geh zurück und geh nach oben. Er moved. Wenn ihr Energie-Munition findet, hätte ich nichts dagegen. Ich hätte welche für dich, Flynn. Komm her. Ja, Carlos, drop sie. Ah, ich bin mir gut da gefallen. Plot Twist, wir sind in derselben Lobby mit Carlos. Auf zu sehen. Ey, ich fall runter. Was ist das? Und Carlos, wie viele Leben noch bei euch? Hab ihn. Äh, zwölf verbleiben. Zwölf Squads, schade. Fakt, einer ist hier. Wisst ihr, was wir machen sollten? Wir sollten gleich mal auf die anderen, auf die jeweils anderen warten und versuchen, gleichzeitig eine Runde zu suchen. Hast du die? Dann sind wir gefühlt, dann sind wir gefühlt einfach im Endkampf. Gegeneinander. Dekka, ist es bei uns, läuft gerade schon wieder. Oh mein Gott. Das ist jetzt im Reich der Schatten. Ich brauche wieder Light einmal. Jetzt wollen wir in der Marke. Ihre Nils, überlebt einfach ganz kurz, wir holen dich. Oh, Phoenix, äh, Kit. Brauchen wir aber beide nicht. Ja, ich brauche es nicht mehr. Wir sind auch im Weg hier. Aber könnte ich vielleicht später brauchen. Ich sehe sie. Ich bin, wir könnten das mit den Lobbys wirklich mal probieren. Heute Abend aber erst zwei Dings. Jetzt muss ich gleich Hausaufgaben machen gehen und ich will lernen. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, ganz der Sport. Oh mein Gott. Komm. Es slow. Phoenix gibt keinen. Hab ihn. Einer hier ist bei mir. Ich geh von hinten. Tu das. Wir haben Fallen, äh, gemacht. Hast du? Nein. Ah, diesen Ulo. Perfekt, ich muss von der Graf geholt. Alter, warum kommen mir so viele Leute? Was ist hier los? D-Day. Einer low. Kostik runter. Viro, guck mir zu. Warte ich gar nach oben. Jogi, hier war der übelster Tide. Der kam gerade, glaube ich, drei Squats. Kostik runter. Kostik down. Runter gefallen. Kostik down. Um. Hab ihn gefillt. Ich posch ihn. Ah, bo, woher wusste er, dass ich da bin? Ja. Ja. Nein, 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 nein. Bitte, 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 Carlos. Ja. Ich brauch Heavy Moon. Der ist bei mir, der ist bei mir, der ist bei mir. Ich komme. Der versucht, mich zu finishen, weil ich goldene Knockdown-Shield habe. Nein! Ich komme. Ja, zu spät. Das ist das von den Erwachsenen, wir müssen uns immer an was erinnern, was wir gar nicht machen würden, wie die Polizisten. Die sagen immer, wir sollen nicht die Autoreifen aufstechen, aber das würde ich ja nie machen. Oh, wir sind out of zone. Ja, egal. Ja, hey Siri. Oh, nicht vielleicht ganz egal. Stell einen Wecker auf. Ich schlag dich. Ich schlag dich. Oh, ihr seid runter. Sie hat den Wecker ge... Äh, bei mir, bei mir. Ja, ich weiß. Ich komme. Nichts getroffen. Ich hau ab. Digga, ich feite die jetzt. Ja, nicht ja nicht, ne? Ja. Eigentlich eher defensiv. Aber wenn die jetzt in dieses Haus reingehen, ne? Ich würde bei Gott, ich mache die. Oh! 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 Adelst, oh! Ich habe keinen Vetter. Ich habe keinen Fall. Ich habe keinen Fall. Wenn überhaupt wer ist, kam er. Komm, her. Komm, her. Und... Übelst gelasert, den Pizzer. Wir sind am Arsch und müssen die Saunen. Ladernach. da war jemand hier versucht mal den einfach zu bekommen ich höre jemanden ich höre jemanden ja und zwei gegner die sind unten eine holt den anderen hoch es noch einer bei mir dauert gibt mir grad koks injiziert habe ihn auch gelasert weg beautiful das sind für den killdäger da war ja schöner als schönen granate geworfen weiß nicht deine roma fragt ich brauche in der schild batterie job bitte alles dass wir müssen die sauen jungs na dann gehen wir über das haus keine gegner sehr schön ja easy kläbte nun haben wir die karte gefeiert da lohnt sich aber kein gas draufzuwerfen dass mein freund mein kollega kollega jetzt ist er hat dran jetzt ist er gehabt hat passt auf auf den anderen oh mein gott habe ich den gelasert ich habe der bengelor ihre ehre ein goldenes schild da unten da müssen wir zu dritt drauf eigentlich ich kann halt kein gas reinwerfen warum weil es ein kostiges es hat kein schild mehr und in den jahr jetzt los ist es könne gegner klar das waren direkt finischen direkt finischen der hat die finish der hat nämlich ein goldenes ding achtung das ist nicht sehen achte scheiße achtung bengelor ulti auch steht ich darf direkt in der bengelor ulti rein dem als dumm geht hier hoch aufs dach ja und wie heißt auch eins kurz keine gegner wenn das jetzt sehr gut macht mein ding mit die drohne wenn einer braucht von euch ich ich hier mich gerade mit medic ohne welt unnötig ich hatte noch keine moni 80 braune kann mir ein bisschen damit ich habe hier egal dass du mich verarschen du bist lifeline weil ich meine so schild damit ich so welche gehütet wird weil ich hab nix ja ja kommen wir können ja mal runter zum blut gehen und mir muni geben er hat keine noch fünf sekunden bekommen was auch hier schwerer kann man kein sinnlos werden soll jetzt ich habe auch mitgenommen scheiße dass ich das schaffe ich nicht natürlich schaffst du das warum ist auch da oben lang die runden lang entscheidende variante sein vorsicht neuer killspitzenreiter kosten müssen ja ich fieber grad mit paul mit einfach weiterhin einfach weiter ist gar nicht einmal ist gar nicht antoni ich brauchte danach deine drohne deine drohne ist nicht ganz ohne wenn hier hat mit sein anton du bist ein bisschen blöd da unten bist du hart los du kommst nicht mehr hier hoch ne natürlich nein 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 ein mach nicht doch mach mein gott rennen rennen junge rennen ich mache mich schon das wie weit der easy schaffte ich sie macht eine halt ohne ich selbst der match digger der ist nicht mehr feierlich ich habe mein gas ready ich schau runter ich habe meine ulti noch nicht bereit warte steht da oben ja 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 kokokoko johr bauherr bauh ich darf keine monni nicht so verballern fällt mir gerade auf renn renn mini die kappe jetzt ich kann auch meins werfen ich brauche schild vom kettage ja ja ich bin übelst krass gut in vision gekommen ich muss mit dem klaus ich kann es nicht ich kann es auch nicht machen direkt vor uns oder sind die denn alle ich habe fast keine schildzellen mehr das war meine letzte schildzelle der eine kommt mit salbanen glaube ich ja da geht ihr jump hat hat weg der hat weg machen direkt weg machen lassen wir es erde kann den mini als monik lasst mich lassen wir uns nicht schützen ich glaube der hat uns unterschätzt jetzt kommt die schwere monik die unten lang wo aber jetzt schnell ist er zieht das feuer auf dich gut gemacht gut gemacht jetzt sehe ich das feuer auf mich einfach die tür zu mach ich ja noch mehr gas falle hier aufs dach okay jemand auf anderen dach auf anderem dach aufpassen die müssen auch scheiße wir müssen gehen vielleicht noch mal runter guckt noch mit goldem noch nicht noch überall munition geht noch mal hier rein guckt noch mal durch was haben wir noch mal auch munition auf hier liegt unter anderem auch heavy moon rum markier und wenn ich habe hier auch hier selber deswegen ich habe die spitfire ja wir müssen jetzt hinter das haus hinters haus und dann follow die frau million zu grand please komm hier nächstes haus rein wieder durch looten go 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 hier liegt überall noch ein bisschen heavy moon rum sammelst du die aufhören lässt du die mir teilweise sammle ich auf teilweise nicht das alles aufgesammelt von den es oben und unten zwei stück los kommt paul weiter raus move weiter rufen war hinten raus wieder und jetzt hier rüber in das haus hier rüber und hier durch das haus der gas tasten die stadt dann hier runter musen hier lang leiden ich darf plan hier lang und rein hier rum hier rein und jetzt hier hoch laufen macht gas fallen macht gas da liegt heavy moon hier liegt so nah geortet scheiße die sind so nah dass sie uns zu orten können die hoch kommen sie nicht die räuchern uns aus der unten unten ach du scheiße aufpassen die können uns nicht ausrechern das ist die see guck dir mein garter an oh mein gott da unten unten hat jemand kanaten die kommen hoch ich denke die kommen hoch ich höre steps ja die sind ganz unten ganz unten ganz unten ganz unten oh mein gott ich reichern sie aus springt die runter zu mir zu meiner leiche ich kann ich komme da nicht rum aber einer noch ich hatte die die waren halt in eine ecke gelaufen da bin ich runter gesprungen hat wird rum geschossen und habe dann direkt meine falle noch raus gehauen vor allem hat man ein bisschen aber ich kann keine roten kraft die die berühmte jetzt für die rei let's go 900 schaden